so damit sind wir bei der letzten aufgabe für mich was die season also die woche hier betrifft nämlich repariere ein fahrzeug mit einem reparatur brenner und 200er reparatur punkte müssen wir damit machen ich weiß wir sind hier im endgame aber das ist mir egal ich würde jetzt irgendwie hinkriegen die aufgabe fertig zu haben das schlimme ist die griechischen schatten hatte zack 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 einfach schaden dran machen und ihr habt gesehen so im tiefen entspannt könnt ihr die aufgabe machen macht einfach schaden selber an dem fahrzeug und so könnt ihr das ganze dann auch reparieren ich bin hier mitten im endgame neun leute leben nur noch so ich hoffe das ganze konnte euch irgendwie weiterhelfen schnappt euch ein auto wenn ihr ein brenner habt fahrt irgendwo an ruhigen platz schießt bisschen drauf bis ihr denkt ungefähr ich habe 200 schaden gemacht das ganze reparieren so wie ich es jetzt gemacht habe und schon habt ihr die xp ganz easy eingesackt ich gucke jetzt hier mit meiner krone noch einen zweiten kronensieg hinbekommen und in dem sinne hoffe ich mal dass ich euch weiterhelfen konnte und haut rein vergesst nicht gerne leichter lassen wenn ihr wollt noch ein abo und in dem sinne bis zum nächsten mal